ich habe jetzt wieder game hat ausgemacht nicht dass ich habe noch kabel drin das kann ich aber das eine hatte wie sie da bin ich gerade da bin ich gerade hingeflogen wo ist das falscher block falscher block falscher block falscher block das ist für scheuer oh ähm 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 ja komm mal nach draußen da ist eine tür komm mal nach draußen hier ist ein safe mach doch nicht alles kaputt guck was da drin ist nicht den rausnehmen nicht rausnehmen nicht rausnehmen ok jetzt muss es funktionieren ne die kabel haben nicht connected du vogel ach das sind oh mein gott warum gibt es denn da rote kabel für ähm dann brauche ich einfach ein usualer oder no ich mache rote kabel ähm e kabel wie mache ich die denn dann brauche ich ein rotes ding ok komm gleich wieder ja ich komme gleich wieder roter farbstaf ähm brauche ich da cover casing oder brauche ich die normalen kabel die habe ich natürlich nicht oh da sind noch zwei oder das me oh hier sind noch roter nice da brauche ich keine machen if you have been here now schlagt centos flash is incoming naja nicht last ass also bin ich gleich tot explodieren die eigentlich wenn man die rausnimmt oder was was ja gehen jetzt die zerstören sich nach wenigen Sekunden du musst sie sofort verbauen warum rennst du jetzt so aus drum du sparst ja weil du da mit ein loch rein machst mach die blöcke da wieder hin ne mach die blöcke da wieder hin oder mach da eine tür hin guck guck hast du die korrupte dran getan auch nicht nein guck guck hast du die korrupte dran getan ok ok aber wir kommen der sache näher ja da wird noch eine andere quest zusammenhängen entweder die da oben hin ach guck mal hier der elevator das ist ein elevator zeichen das heißt wir werden auf jeden fall runter gekommen irgendwann muss ein elevator zeichen muss ein elevator zeichen so i need to form a find a netherster Ja gut, müssen wir noch ein bisschen machen. Ist jetzt nicht mehr viel. Jetzt mache ich erstmal das mit dem Harden-Netzzeug, sonst komme ich da nicht weiter. Jetzt mache ich mich noch kehre hier. Kehre, kehre, kehre. Tether. Ich brauche Bronze und Silber. Bronze und Silber. Der Zentus sagt, er ist alles drin hier. Bronze. Ah, nee, brauche ich alles. Und Silber. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Penis, 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 Penis. Zentus, du kleiner Penis. Wie viele Dinger sind da hinten jetzt unbenutzt eigentlich? Kann ich ja von welche abreißen? Die Einheit-Disketten, die sind doch fast alle unbenutzt oder nicht? Mhm. Oder haben wir noch, also noch irgendwelche, ganz viele gelagert? M.E. System, ne? Einheit-Disketten? Nein, nicht mehr. Ich habe die da alle reingetan. M.E. Heatvent. Mh, na gut. Dann muss ich halt davon welche abbauen. Von vorn. Von hinten, von den Disketten. Wieso? Ja, ich brauche wohl welche jetzt gleich. Das Schwischen. Oder sind unten noch welche in dem, ähm, Ding? Nö, habe Teilhaut weggeholt. Na gut, dann. So, fertig. Was hast du jetzt gemacht? Gewoptet. Bin hier aber abgeflogen. Loll. Und weiter geht das eh gerade nicht, irgendwie. Es gibt ein Epic-Pack, lol. Und einfach mal so ein paar Sachen, ne? M.E. Die Coins hätte ich da jetzt nicht heilwerfen sollen. Ich hätte erstmal nicht irgendeinen Cam-Od machen sollen. Meins war ein Epic. Ja, ich habe auch ein Epic. Da sitzt er. Stack. Cam-Od-Block. Aber ich muss aber meinen Inventarplatz schaffen, weil ich kann es mehr ab. Weil das Epic manchmal viel mehr bringt. Eine Fantastic Metals. Okay. So 16er, ne? Aber wie waren die denn jetzt immer? Ach ja. Was habe ich denn jetzt? Ach, da habe ich noch die Cloud. Und wer ist da nicht soweit, dieses W und BE herzustellen? Äh, kann ich gleich. Fast. Ja, hier hast du unten Material, was du vielleicht brauchst oder so. Wo ich gerade bin, unten in der 16er. Hm? Unten, wo die 16er, äh, Dinge ist, ne? Hm. Da sind Erze, die kann ich nicht abbauen. Du hast, du willst dieses Tanksten-Ding bauen, ne? Äh. Lass mich eben das mit dem Tether Vagd fertig machen, alles. Aber dann kriegen wir das mit dem Elevator auch endlich freigeschaltet. Ja, deswegen will ich, dass er mit dem Tether Vagd weg ist. Deswegen war ich ja die ganzen Zeta. Äh, 0,1. Da machen wir jetzt, ähm... So, abgebaut. Plus. So. Das machen wir, erst mal gar nichts. Der soll Items send only und receive only, okay. Energie soll er erst mal nicht und Flüssigkeiten auch nicht. Okay. Ach, und die erste Reihe ist fertig, ne? Mit Blöcken. Okay. So. Der macht jetzt send only Items. Den muss ich hier entpacken. Da hin. Der müsste jetzt mit send only Items machen. Und der müsste jetzt da hinten angeschlossen sein. Und receiveen. Deswegen brauche ich auch die einen Sachen. Die ganzen Dinger. Wie viele haben wir die noch? Die hat die jetzt momentan nicht. Ah ja, die fährt ja ganz oft minimal. Ähm, so. Was denn sagte ich ja? Ich brauche ja die Disketten, dass ich da halt alles Alchemie zurück reinpumpen kann. Ja, mach du mal. Ja, mach du mal. Ich nehm einfach mal hier ein paar ab. Was? 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 Das ist Kettenfall. Das ist jetzt wieder einen hinstellen oder so. Wie reißt du da jetzt eigentlich ab? Ich brauche wohl ein paar. Ich habe es alle ins EGEL-System gesteckt. Ist mir gerade egal. Ich brauche erst bei die Dweiß. Ja, dann nehme ich gleich mit raus. Warte mal. Ich meine so. L. Du meinst ja. Und me. Warte, dann nehme ich das. Okay, Shiny, Platinum, Kalki, um, Kabel, um, mal. Shiny müsste ein Nichten haben, toll. Oh, fuck. Ein Platinum. Ich importiere ins System und exportiere raus. Also importieren. Import. Import. Hm. Ähm. So. So. Oh, da fehlen trotzdem noch welche.